Das hat mich, wenn man sich zurückgeholt hat, mit einer vollkommen anderen Sicht auf das Leben ausgestattet. Nämlich, es gibt am Ende etwas, ich möchte es mal die große Zuversicht nennen, ich muss keine Angst davor haben, wenn das Leben, also dieses jetzige Leben zu Ende geht, weil dann passiert etwas Neues. Und die Frage, die ich mir stelle ist, wovor haben eigentlich diejenigen Angst, wenn das wahr wäre? Weil dann bräuchte es den Great Reset ja gar nicht. Haben die Angst davor, ihre Position in der jetzigen Gegenwart zu verlieren, weil sie ja nie wieder als ähnlich Mächtige auf die Welt kommen, sondern in einer anderen Funktion. Wenn also jemand sehr reich und damit einflussreich ist, dann ist davon auszugehen, dass er im nächsten Leben nicht mehr so reich und nicht mehr so einflussreich ist. Und gerade diese Menschen klammern sich an das, was sie in diesem Leben erreicht haben, weil sie denken, es kann ja nur schlechter werden. Nein, ich kann es nicht. Es kann anders werden. Und ich kann es nicht.